Okay, let's go, Chad. Let's go. Es gibt so... Du hast dein Bestes gegeben. Du hast dein Bestes gegeben. Dass das Video safe ist. Für Streamer, bitte backt eure Facecam hier unten rechts hin. Für Basti, bitte mach einfach so wie immer. Und Kevin... Hab niemanden... Hab hier niemanden gefunden auf... Hab hier niemanden gefunden auf die Schnelle, der frontet. Deswegen denkt euch einen guten Front hier hin. Und Henke, freu dich schon mal auf deinen Clip. Henke hat mal einen Clip gekriegt. Ja, true. Henke hat auch gestreamt mal wieder. Holy shit. Wenn ihr mir klitschigen wollt, macht das über meinen Community. Ich glaube, am Montag kommt Henke für eine Night hierher. Ich glaube, Henke von Montag auf Dienstag ist am Start bei mir. Über die Discord, Linken ist unter der Beschreibung. Oder über meinen Twitter, at MoinMinderBen. Und ja. Enjoy. Nice Entscheidung. Junge, jetzt muss ich hier... Ich sehe stets bis oben hin. Ich bin Rezmann so funny, wirklich. Ich komme so zu dem Event. Oha. Oha, Danny. Ist das ein Prada-Hemd. Warte, noch einen hier. Noch einen auf den hier, Dicker. Nein, so soll ich ruhig den hier machen. Ja, hallo. Du hast mein Name. Digga. Genau, Gillette sind die, die das heute alles quasi sponsern. Nice, nice Im Placement-Stream. Genau, Gillette sind die, die das heute alles quasi sponsern. Äh. Ey, warum rufst du jetzt mit in den Placement? Ja, er hat argumentiert. Dich und Max. Joe auch. Welcher Joe? Oh, Digga. Ich kenne keinen Joe. Joe Cocker. Welcher Joe? Joe Mama. Joe Mama? Noch nie gehört, Digga. Wer ist das? Ach, das ist ein Meme. Ach, ihr seid solche Wichser. Ja, ist ein Video-Stript. Das ist da, aufwendig Deutsch. Ey, das ist was? Ey, das ist mein Buch. Es würde mich freuen, wenn du meinen YouTuber abnehmen könntest. Also am liebsten auch mich auf Twitch. Ich möchte es unbedingt, deswegen schreibe ich dieses Buch auch komplett voll, damit du es sehen kannst, was es mir bedeutet, Basti. Mit Deutsch. Ey. Ey, generell, ne? Ich würde Danny so in den Arsch ficken. Wie kann man auf ältere Frauen stehen? What the fuck, Digga? Ich steh nur auf Jüngere. Okay, chill. Oh, da drüben ist mein Holzweg. Ja, lauf mal. Oh, du kannst ja. Was man ist, das Götter war jetzt nicht der Plan. Wisst ihr, wie man erkennt, ob ein Ei noch gut ist oder schlecht? Wisst ihr es? Man muss es aufschlagen. Man isst es und wenn man Salmonellenvergiftung kriegt, dann war es schlecht. Ach so. Ach so daran. Hey! Leute, Leute, in drei! Und ich bin so. Wie soll ich die ficken, Digga? Das macht gar keinen Sinn. Da kommt, da kommt, da kommt, oder? Boah, ich würde so gerne im alten Griechenland leben, weil da waren alle nackt. Man läpp mich übrigens die Zunge. Ich kann dir auch später nochmal zeigen, warum. Das heißt, zwischen, also in unserer Mutter ist nichts drin. Wir haben gekämpft mit einer Flasche Wodka und mit Tampons und mit viel Nivea-Creme, no joke. Und wir haben es geschafft, nach einer Stunde uns von innen betrunken zu machen. Also wir hatten dann den Rest des Abends, auf der Party, hatten wir dann Tampons. Das ist doch, das ist doch tödlich. Das ist doch ultra gefährlich. Jed, mach auf gar keinen Fall nach, what the fuck. Das, daran sind schon richtig viele gestorben. Ich muss noch mit dem Mikro furzen. Was? Nein. Nein, nein, bro. Nein, 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 bro. Ah! Ah, scheiße! Buh, Digga, was? Da gibt es fünf Einnehmepunkte plus Respawn. Ich habe noch nie bedeutungslosen Sex gehabt. Wie definiert man das denn? Wenn du... Nee, begrüßt ja meine Mama. Das kann falsch verstanden werden. Ama erklärt so ganz dezent und charmant gerade die Niederlage. Nico? Die müssten größer sein. Was? Was? Irgendwie sowas für erwachsene Kinder? Warum, warum hat Kevin diese Kinderuhren? Erwachsene Kinder? Warum hat er diese Kinderuhren? Ich habe ganz lange überlegt... Du spielst jeden Tag Minecraft, Junge. Ich sage mal so, ich habe ganz lange überlegt, ob ich dich... Jeden Tag. Ich muss jetzt einfach der Schlauere, der Klügere sein. Der Klügere gibt nach, der Klügere gibt nach, der Klügere gibt nach, der Klügere gibt nach, Jeden Tag Minecraft! Jeden Tag Minecraft! Ich war zwar immer auch in der Schule ein Arschloch und ein Badboy, aber... Eine Sache habe ich nie in der Schule gemacht. Ich habe nie Leute in der Schule gemobbt. Ganz im Gegenteil. Ich habe immer Leute geschlagen. Marius! Digga, ich möchte deinen riesigen Cock in meinen Mund nehmen. Oh, ich freue mich so sehr! Folgt mir alle auf Twitch. Bro, tut mir leid, dass ich das in den Chat geschrieben habe. Würde mich sehr freuen, bald wieder im Chat teilzunehmen. Und schulde mich, dass ich Eigenwärmung gemacht habe. Es tut mir unendlich leid. VG. Was heißt VG? VG. Viele Grüße. Victor Groß? Victor Groß. Ja, mein Bruder Victor. Hintermobil und Deckung! Ja! Haben wir... Ja, okay, ich habe keine Mädchen. Moment. Haben wir... Okay. Jene, der ein Mädchen ist, schreibt mir jetzt mal ein Pipo Hey rein. Ach so, ey, ach so. Ach so. Okay. Ja, da kann ich euch hier alle bumsen. Okay. Ist klar. Sag, du bist kein Mädchen. Ja, nee, nee. Piss dir ein. Ich bin auch gleich tot. Na, war mal. Jetzt habe ich mir eingepisst. Nicht schlimm. Mann, Junge, jetzt muss ich mir nur neue Unterhose anziehen. Der ist riesig. Riesig. Der ist so groß wie in der Kaffeemaschine, der Typ. Äh, dieser Hase hier. Ah, Maus. Ratte. Was auch immer das ist. Meerrettich. Wenn er jetzt selber weg saue. Oh, Mann! Cash-off. Och, Mann. Wieder mal kein Konzept. Alter. Ich dachte wirklich schon, jetzt... Hör auf zu debaten. Es ist, es ist, es ist wirklich... Du bist erst 14, Mann. Das ganze Leben liegt noch vor dir. Guck mal, ich bin jetzt 22. Und das ganze Leben ist immer noch vor dir. Sebastian. Und trotzdem will niemand was von dir. Oh, ah, ja, oh. Also ich nicht, also er, also ich war im Bett, halt unter der Decke. Er hat halt so, also da ist ja immer so eine Beule dann an der Decke. Dann springt er auf mein Bett und, äh, bumst mich halt. Was? Papa Platte meinte gestern im Stream, dass er Geld mit dir antrinken möchte. Ey, Bro. Ich werde mich mit allen Leuten besaufen aus der Twitch-Scene. Wenn Corona nicht vorbei ist, ne. Ich sag's nicht so, wie es ist. Ich reiß dich, Deutschland. Bring Alkohol mit. Let's go. Leg mir eine Matratze hinten in mein Auto. Also, bitte ganz kurz Cam oben rechts im nächsten Clip, weil ansonsten wär's erst gewesen. Danke, danke. Was soll das denn für ein Scheiß? Dazu gibt's keine Kommentare meinerseits. Okay. Digga, dürften wir, wenn wir uns zu zweit in den Pool setzen, dürfte ich dich dann einfach picken? Will jemand ne Idee? Super Hot Step Mom. Max hat selber gesagt. Super Hot Step Mom. Ich hab letztens noch mal drüber nachgedacht, was wir halt vielleicht echt cooles zusammen machen könnten. Also, vor Ort. Okay, was? Mir ist nichts angefangen. Chillig. Fabo, wichtige Frage. Ja. Ist die Ostsee rechts oder links? Oben. Von Schleswig-Holstein. Achso. Dein Armbruch ist Schleswig-Holstein. Rechts. Rechts. They have a demon-prop. High school, by the way. And, um... Paper Blade hat gewonnen. Mistkiff musste singen. Der heißt aber nicht Mistkiff, oder? Der heißt Mitzkiff. Ich hatte kein Brötchenschneidermesser, ja? Weil das war irgendwie in der Waschmaschine oder so. Wie viel sind 50 plus 80, Leute? 30. Ich musste Minecraft schliefen im Blut. Doch heute bin ich hier, Mama. Koffe wie wir es Eis aufpicken, Mama. Warte. Warte, da war doch gar kein Henke-Clip drin, oder? Das war die erste Folge von der Calvin und Koch Show. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Ihr könnt ja mal auf Abonnieren drücken und liken und die ganze Scheiße. Und haut da rein. Das war's von der Calvin und Koch Show. Calvin und Koch Show. Nicer Henke-Clip, Digga. Schillig. Schritt entsprechend vor. Mal mit dir. Mal mit dir. Schritt schifft.